Oh, was? Sue, geh wieder zum Boot. Lauf sofort zurück zum Boot. Jetzt gleich. Was? Was denn? Scheiße. Wir werden den einzigen Menschen treffen, der je Victor Crowley gesehen und es überlebt hat. Aber die fliegen uns und eine kleine Kameracrew und den Host in ihrem privaten Networkjet. Ich hab dir x-mal gesagt, ich geh nie wieder in diesen Summen. Sie haben 600.000 geboten. Wir bitten, die Verspätung zu entschuldigen. Wir hatten ein kleines Problem am rechten Triebwerk. Möchtest du ein Xanax, Ambien, Valium oder Oxy? Ich hab auch Stärkeres, wenn du willst. Es gibt Menschen da draußen. Gott sei Dank. Unser Flugzeug ist abgestürzt. Wir werden euch allen helfen. Das Ding im Wald ist der leibhaftige Tod und es will uns holen. Hast du gesehen? Es ist kein Bewegungsmelder, das ist eher ein Teil... Hier kommt! Renn! Nein! Austin ist tot. Nein! Ich bin hier! Austin lebt! Aaaaaaah! Geh zur Hölle, hässlicher Mistkerl! Wir sind so tot! kein Mark Funk 鼓 Gehen Ein Gem Gehen Gehen Bis zum nächsten Mal.